Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jess, ihr seht die Brillen auf, ihr wisst es kommt wieder eines von diesen ganz ganz guten Videos und zwar geht es um ein Loot Video aus Diablo 4 und Loot ist ja eigentlich das allerwichtigste und wie ihr meinen Outfit erkennen könnt, habe ich zu viel gelootet, deswegen wurde ich auch verhaftet. Ich lasse den Wort jetzt mal kurz ziehen, es war sicherlich einer meiner besseren Witze, dann wisst ihr schon was hier abgeht, aber bevor wir direkt los starten, gib mir noch ein Abo, damit ihr den wunderbaren Kanal nicht verliert und jetzt legen wir wirklich los mit ein bisschen Infos und Content und zwar die Jagd nach den legendären und einzigartigen Gegenständen in Diablo 4 funktioniert ein bisschen anders, als man es vielleicht von den ursprünglichen Diablos gewohnt ist, deswegen möchte ich euch gerne mal hier die Informationen zur Verfügung stellen, damit ihr dann auch am Ende mit genügend Loot rauskommt und ihr mit eurer Klasse das spielen könnt, was ihr gerne spielen möchtet. Ich werde mal die allgemeinen Informationen machen, es wird ein separates Video dann später geben zu diversen Loot Spots und so weiter, wenn man die dann in den jeweiligen Versionen auch gefunden hat, aber das allererste und allerwichtigste ist mal die Qualität der Gegenstände. Also in Diablo 4 gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten, wir gehen von gewöhnlich, das sind die weißen über blau, über gelb, über orange bis hin zu den einzigartigen, die sind dann braun, das ist jeweils immer das Icon bzw. auch das Item selbst, damit man mal weiß, was man hier hat. Ja, die weißen Items haben keine Affixe, blau hat eins, selten, das ist dann das gelbe, hat dann drei, legendär hat dann vier plus einen legendären Affix, das sind dann auch die Aspekte, die man so genannt runterziehen können. Und was jetzt die allerwichtigste Information ist, ich blende euch das nochmal ein, jetzt bitte aufpassen, die wichtigste Information und eine der größten Änderungen in Diablo 4 ist, dass es in Diablo die Gegenstände Schwierigkeitsgrad abhängig droppen. Das bedeutet, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto besser die Drops und deswegen ist es nicht mehr egal, wie ihr farmt und sonstiges und auch bei diversen Farmspeeds und sonstiges ist es zu berücksichtigen, dass es effektiver ist, von den Items her, um euren Charakter zu verstärken, in höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen. Im Hintergrund seht ihr diese Weltstufe-Statue, da könnt ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit umstellen, sofern ihr den freigespielt habt. Also wenn ihr mal ab Level 50 seid, könntet ihr theoretisch in Stufe 3 wechseln, dafür müsst ihr aber, wie ihr oben seht, eine Quest abschließen, diesen Key Dungeon, ich habe schon wieder vergessen, wie sie das genannt haben, aber auf jeden Fall muss das erfüllt sein, dann kann man es umstellen, aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass sich dann der Loot erhöht oder sagen wir mal, der Loot verbessert, sondern die Gegner werden natürlich auch deutlich, deutlich stärker und wir kriegen auch so eine Schwächung, wo wir Resistenzen verlieren. Also da immer ein bisschen einen Blick auch auf eure Rieses haben beim Hochstellen, weil sonst seite nämlich sehr schnell Monster-Futter, werdet ihr da merken. Aber prinzipiell ist es so, gewisse Gegenstände können erst ab einer gewissen Weltstufe droppen, dann natürlich wieder überall. Also wenn ihr dann in dieser Weltstufe seid, dann ob ihr dann Monster vor den Toren der Stadt tötet oder durch den Dungeon, da gibt es natürlich, ja, da könnt ihr es dann droppen. Ich habe gehört, da lehne ich mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Hochseil-Akrobat, ich liebe es ja, das Risiko. Also es soll wohl bevorzugte Drops von diversen Monstertypen geben. Das ging mal so durch, das muss ich aber erst verifizieren. Also wenn das wer weiß, wenn es da ein Blue-Statement gibt, also wenn da Blizzard wirklich was geschrieben hat von dem Blauen in dem Form, was man offiziell nehmen kann, würde ich es wahrscheinlich immer noch nicht glauben. Aber es hieß mal, dass diverse Monstergruppen eher diese und diese Gegenstände droppen. Ich nehme mal so ein Beispiel, ich glaube es waren diese Ziegen, die da überall rumlaufen, dass die eine erhöhte Droprate auf Kolben und so haben. Das war jetzt mal aus der Luft gegriffen. Wenn es da irgendetwas gibt, unterhalb ist der Loot-Guide verlinkt, da habt ihr nochmal alle Infos, da mache ich euch eine Tabelle. Schaut da bitte drauf, weil das wäre dann essentiell, wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel eine Jägerin spielt und ihr wählt einen Bogen und es gibt dann eine gewisse Monstergruppe, welche einfach mal mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit legendäre Bögen droppt, dann müsst ihr dort natürlich hin. Aber das ist jetzt eine nicht verifizierte Information, ich möchte diese aber gerne mit euch teilen, weil das wäre dann vom Loot-Pool her, also von den Möglichkeiten natürlich nochmal deutlich, deutlich eingeschränkt und würde uns ganz, ganz andere Möglichkeit geben zu farmen. Prinzipiell, was bekannt ist, ist höhere Weltstufe, bessere Drops, die einzigartigen Gegenstände, Ahnengegenstände werden sowieso erst ab T3 freigeschalten, also niemals unter T3-Farmen, unter Weltstufe 3, auch was den Kadala-Verschnitt, also Kuriositätenhändler und so weiter angeht, auch dort. Diese Raids werden dort auch übernommen, das heißt also, das war auch schon so während des Leveln ein kleiner Tipp, wenn ihr Level 50 werdet, schaut ihr, dass ihr möglichst viele von diesen Obolusse habt, dass ihr dann den Cap von 500 seid, erst Weltstufe 3 freispielt und dann gambeln geht mit eurem Charakter, damit ihr natürlich die Chance habt, diese einzigartigen Gegenstände. Oder vielleicht sogar schon Ahnengegenstände zu kriegen. Man muss jetzt noch Folgendes dazu sagen, legendäre Items sind nicht das, was man vielleicht aus dem alten Diablo-Universum kennt. Mit diesen Affixen, die kann man auch selbst herstellen, mit Hilfe des Okkultisten und dem Kodex der Macht, ist es immer möglich, aus gelben Items legendäre zu machen. Also der legendäre Fokus ist jetzt in Diablo 4 nicht mehr so gesetzt. Also da, wenn man sagt, jo, geile Ausrüstung, legendäre Items und so, spricht man eher von diesen einzigartigen Gegenständen und von diesen Ahnengegenständen, wo die Drop Rate dann bei einem Prozent oder weniger ist und nach 50 Stunden man zwei Items gefunden hat und die man nicht braucht. Also wie in Diablo 3 mit den Primals. Aber nur damit, dass man wisst, also legendär ist zwar ganz gut und dass ihr euren Charakter dann mal komplett legendär habt, ist nicht unwahrscheinlich, sondern ihr könnt es ja auch mit den Affixen herstellen. Das wird doch garantiert so sein. Aber dann die Ahnengegenstände und die einzigartigen, darauf kommt es dann an und darauf braucht ihr oder dafür benötigt ihr dann die höheren Stufen und dort dann auch die jeweiligen Geschichten. Also es muss ja nicht unbedingt nur, wenn wir mal zum Beispiel auf das Gruppenspiel gehen, wir werden natürlich sehr viele von dieser Albtraum Dungeons farmen, das ist ja Teil des Endgame-Contents von Diablo 4, dass man dann hier diese Schlüssel kriegt, die schicken uns querfeldein über die ganze Welt. Dort wird das natürlich gefarmt und deswegen, ich sage es jetzt einfach trotzdem, Farmspots. Ja, Farmspots ist ein super Begriff, muss ins YouTube-Video rein. Die Farmspots sind auch unterhalb nochmal verlinkt. Farmspot Nummer 1 sind die Albtraum-Dungeon. Dort wird es bevorzugte Key-Dungeons geben. Das heißt also, ihr werdet wahrscheinlich lieber irgendeine Krypta nehmen als zum Beispiel ein Lavorint, weil du es einfach in kürzerer Zeit durchfarmen kannst. Kannst du aber nicht bestimmen, weil die Albtraum-Schlüssel, die kriegst du als Drop beziehungsweise auch aus diversen Crests raus oder vom Flüsterbaum und die sind dann definiert. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Schlüssel, die man nie spielen möchte, zu zerstören. Dann gibt es so einen Staub und man kann sich neue Schlüssel herstellen, aber du kriegst immer nur ein Viertel raus. Also müsstest du praktisch vier von deinen Albtraum-Keys zerstören, um einen neuen zu machen. Ob man das macht, das weiß ich noch nicht. Das hängt dann von der Anzahl ab, wie viel man kriegt. Da war Punkt 1 von den Farben-Spots hier mal die Albtraum-Dungeon so hoch wie möglich natürlich gespielt. Das ist eh mit den Affixen hochskaliert. Punkt 2 ist dann diese Höllenflut. Die ist ein Zeit-Event. Ich weiß, das hört ihr nicht so gerne. Ich sage mal, wie es ist. Der Freund, der diese super geheime siebenwöchige Endgame-Beta gespielt hat, das war, glaube ich, jede Stunde oder alle zwei Stunden, wird auf der Diablo-Karte so ein roter Nebel sichtbar, so ein Bereich geflutet, wo dann super starke Gegner sind, also wo wirklich die Hölle losbricht. Und dort geht ihr rüber, dann metzelt ihr die Gegner weg. Auch die Bosse, da sind auch so Bosse drin, so Mini-Bosse, werden weggemetzelt. Dann gibt es so ganz spezielle Blutkisten und so, die nehmt ihr alle mit. Da gibt es auch noch eigene, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Währung war, aber es gibt auch bestimmte Ressourcen, die nur dort droppen. Das heißt also, ich weiß, wollt ihr nicht hören, aber diese stündlich auftretenden oder alle paar Stunden auftretenden Events, die müsst ihr machen, weil es dort auch Sachen gibt, wie zum Beispiel, glaube ich, diese Teufelsrose war, die ihr dann bei den Händlern benötigt, um Items umzuschmieden. Also diese Höllenflut, die losbricht, notiert euch das bitte, ist einer der allerwichtigsten Farmspots. Nicht immer verfügbar, ist leider beschissen, aber wenn das kommt, höchste Priorität, dass ihr dort reinschaut. BVB als Farmspot blende ich mal aus, weil der ein oder andere von euch ist nicht ganz so der BVB-Fan, deswegen nehmen wir das mal raus. Das wollt ihr wahrscheinlich mehr oder weniger nicht machen. Und dann etwas, ich sage es wie es ist, Bounties. Und jetzt denkt ihr euch so, Jesse, es gibt Bounties in Diablo 4. Ja, die haben es gut versteckt, ich habe es auch nicht geglaubt, aber in dieser verdammten Endgame-Beta, der Freund, der in dieser Endgame-Beta gespielt hat, der war dann sehr angetan. Und zwar ist dieser flüsternde Baum oder Flüsterbaum oder wie auch immer, der gibt euch diverse Aufgaben, ist genau wie Bounties, schickt euch einmal quer über die Map, wo ihr irgendwen helft oder irgendwelche Monster tötet oder sonstiges. Erfüllt ihr einfach, geht zurück und bei der Abgabe könnt ihr dann definieren oder euch aussuchen, was ihr haben möchtet, im Sinne von, ich brauche eine neue Rüstung, ich brauche eine neue Waffe oder ich hätte gern das. Und dann schmeißt euch der so eine Loot-Kiste hin. Das sind in der Regel, glaube ich, waren sogar zwei, drei Legendaries immer drin, aber mit der erhöhten Drop-Rate, also wird es in echt wahrscheinlich eins geben. Aber damit könnt ihr eure schwächsten Slots gezielt ersetzen. Also wenn jemand gezielte Items braucht, sag mal, du findest keine besseren Handschuhe in Diablo 4 für deine Klasse, weil du einen Ruiden hast oder so, dann gehst du zu diesem Flüsterbaum, machst ein paar Bounties und der schmeißt dir das dann hin oder dann kannst du dir die Loot-Kiste für Hände zum Beispiel aussuchen. Ich glaube, Hände war mit Rüstung zusammen oder mit Schmuck, also es ging auf jeden Fall, kann man sich das aussuchen und dann hast du halt eine sehr, sehr gute Chance, dass du innerhalb von 20, 30 Minuten diese Slots ersetzen kannst und dann bist du natürlich gut dabei. Also Flüsterbaum, ganz klassisch, als Farmspot mit den Bounties macht man halt nebenbei mit. Es kommen auch Keys raus, also wenn euch mal die Albtraum-Dungeons und so ausgehen, die kommen auch dort raus. Ich werde das dann nochmal alles in den Live-Versionen verifizieren und wie gesagt, in den schriftlichen Part updaten. Also bitte, ich habe es schon dreimal gesagt, aber check den Link, weil das ist essentiell wichtig, weil dort sind dann auch die neuesten Infos drin, damit ihr hier einen guten Überblick über den gesamten Loot von Diablo 4 habt. Trading ist noch eine Option, also es ist ja durchaus möglich, Gold und Items und so weiter zu handeln. Es wird zwar wahrscheinlich nicht möglich sein, einzigartige und Ahnengegenstände zu traden, aber auch die geilen gelben Items, da gibt es auch einen Clip dazu, wenn ihr zum Beispiel ein Item findet, was plus drei Wirbelwind habt, aber ihr spielt einen Druiden oder einen Mage, weil ihr die falsche Klasse erstellt habt, aber euer bester Freund oder eure beste Freundin spielt einen Babar, dann könnt ihr denen ihr das Item geben, einfach über das Trade oder hinwerfen und aufheben, never trade, einfach über das Trade rüber geben und sie kann dann dieses Item nehmen, ein Affix drauf, hat neue legendäre Hände und kann damit spielen. Also bitte crasht nicht alles, sondern schaut drauf, vor allem bei den gelben Items, die Skills bringen, also die den Skill-Schaden oder das Level des Skills direkt erhöhen, die behaltet ihr, weil die zu traden wäre am Anfang sehr, sehr wichtig, weil das halt doch sehr selten ist, dass man das findet. Alle anderen Sachen, man müsste es mal versuchen, ob es Trade-Buy ist oder nicht, könnt ihr sonst direkt crushen. Zur Erinnerung, Gold spielt in Diablo 4 auch eine wichtige Rolle. Ich habe immer so die Hälfte der Ausrüstung beim Händler verkauft, die andere Hälfte beim Schmied kaputt gemacht, weil ihr ja jederzeit die Möglichkeit habt, über den Schmied eure Ausrüstung aufzuwerten. Das wird nämlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt werden, weil aufgewertete Gegenstände doch nochmal einiges an Damage-Boost gibt. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich wieder zwölf Minuten eurer Zeit gestohlen, aber ihr wisst jetzt mal, wie der Loot prinzipiell in Diablo 4 funktioniert, was die Unterschiede sind, was noch für die Leute, die das Video bis zum Ende geskippt haben. Ich gebe euch nochmal ganz kurz die wichtigsten Informationen. Je schwerer ihr spielt, umso besser der Loot. Minimum Weltstufe 3, weil ab da kann dann mehr oder weniger alles droppen. Es gibt das Gerücht, dass es spezielle Farmspots gibt, also dass gewisse Monstergruppen bevorzugt gewisse Itemtypen droppen, was den Loot-Pool einschränken würde, ist aber noch nicht verifiziert. Glaube ich aber persönlich schon dran, dass es so Farmspots geben wird, wo man das Ganze dann findet. Albtraum Dungeon, wichtig, die macht ihr, könnt ihr jederzeit durchlaufen. Diese Zeit-Events, Helltide, diese Höllenflut, die auftaucht, wenn ihr die irgendwo habt, lauft dorthin, macht das ein bisschen mit, öffnet ein paar von den Kisten, weil ihr die Ressourcen braucht. Und last but not least, dieser Flüsterbaum, der euch die Bounties liefert, macht das, dort gibt es auch noch guten Loot. Und jetzt, meine Damen und Herren, bin ich am Ende. Wenn ihr noch einen guten Loot-Tipp habt, gerne ab damit in die Kommentare. Vergesst mal nicht, den Daumen da zu lassen, also einmal auf Like zu drücken oder Dislike, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.